Spotted a hostile sniper to north at your position. Oh, wieso sind denn da wieder zwei? Here's your ammo, pick it up. I got eyes on the hostile vehicle. The sniper is operating somewhere to your west. There's down the tank, wow. Here's your ammo, pick it up. Spotted a hostile vehicle. Hau ihn weg, Alter. Der sterbt doch gleich. Nein! Mann, muss ich immer alle töten? Hättest du nicht wenigstens einen wegkauen können, der hätte ich... Also, Mann! Gut, aber sieht so aus, als hätten sie es ausgeräuchert. Es sieht aber gerade wieder gar nicht gut aus. Mann, 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 wir verlieren echt. Da stemme ich mich schon dagegen wie ein junger... Battlefield-Gott. Scheiße, ey. Falscher Spawnpunkt, möchte ich meinen. Das war ein falscher Spawnpunkt. Oh. Oh. Oh, hip. Schön da die... ...Streme mitgenommen. Verbündeter Bomber eingesetzt. Verbündeter Bomber eingesetzt. Verbündeter Bomber eingesetzt. Wunderbar. Na, Toto? Halt dich auch endlich mal getötet, ey. Wow. Nein! Da wird wieder ein blauer da hinten im Hintergrund irgendwie, ey. Scheiße, ich hab gedacht, es wird ein blauer. So ein Schiet. Okay, da waren sowieso noch tausend Gegner, wie es aussieht. Enemies-Sniper, north of your position. Objektive Alpha has been lost. Wer hat gerade... Hä? Von wem war denn gerade das Laser? Der Laser. Scheint von niemandem von uns gewesen zu sein. Ne. Das haben wir aber mal sowas von fett verloren, ey. Da können wir uns jetzt noch so sehr dagegen stemmen. Das wird nichts mehr. Ich versteck meinen. Aber als soll's, wir kämpfen weiter. Ist ja immer ein Krieg. Der ist erst verloren, wenn er verloren ist. Halt mal gehört. Hat meinen Opa immer gesagt. Er schießt ihn. Oh Mann, Sonne. Da oben hockt er, ey. In der Sonne absolut nicht zu sehen. Tötet den doch mal jemand. Wieso tötet den denn niemand? Warte mal. Oh, wieso sind denn da wieder zwei? Nicht zu glauben. Aber uns gehört jetzt mittlerweile wieder eine ganze Menge, ey. Und da ist direkt wieder... Es ist doch nicht zu fassen, Alter. Es ist doch nicht zu fassen. Mann ey. Okay, da können wir jetzt nicht... Doch, bei W können wir noch einsteigen. Machen wir auch direkt mal. Ich habe doch gerade eine Lampe gesehen. Okay. Was ist das? Alter. Es ist einfach immer wieder lustig. Weißt du, da denkst du... Okay, in die Richtung sind ja Jungs von mir. Da muss ich nichts machen. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Nee. Kann man sich nicht drauf verlassen. Objektiv, Boxtron ist nur neutralisiert. So. Direkt mal wieder abgezischt hier. Ich hatte ja gedacht, ich müsste hier was verteidigen, aber muss ich anscheinend gar nicht. Da sind meine Jungs. Dann wird anscheinend auch reinkommen. Ey, wir können das doch noch drehen, ey. Das gibt's doch nicht. Uh. 17% jetzt nicht nochmal irgendwo gegen klatschen. Dann ist Schluss. So. Kleine Barrel Roll. Yo. Deswegen reparieren die Dinger hier schön schnell. Fuck. Die sind wieder zu dritt da. Hätte ich eh ins Reisen können. Gut, er kam von hinten, hat alles aufgeräumt. Finde ich gut. Steigen wir mal hier ein. Und nehmen ein bisschen ein. Wir steigen hier ein und nehmen ein. Was war das gerade? Wieso kam hier gerade ein RPG durch hier geflattert? Das ist ein Heli. Weit oben. Woher ist das? Ach, hier drin hab ich's geparkt. Dora. Wird von uns eingenommen oder von denen? Das ist von uns, ganz offensichtlich. Ach, willst du denn einfach mal da hinten hin? Da sind wir auf jeden Fall sicher, dass wir nicht umsonst hinfahren. Oh, warte mal. Ey, teilweise verstehe ich nicht, wieso. Ich hab irgendwie... In der letzten Runde hab ich noch bedeutend besser mit der Waffe getroffen. Das ist teilweise so... Ich ziele voll druff, aber... ...die Kugeln fliegen anscheinend... ...irgendwie einfach... ...verstehst du? Mein lieber Schwanz. Hallo? Lauf damit, du Lucha! Wisst's, das gegnerische ist down Natürlich hat's Karka Alter, was mach ich denn? Alter, das Hä? Manchmal komm ich mir vor wie so ein Parkinson-Patient oder so Naja Wie steht's denn? Oh, wir sind nah dran Aber Kann ich nicht einsteigen Hier könnte ich einsteigen Mach ich auch einfach mal Nee Musst du dich jetzt genau vor den Fußgänger stellen, ey? Ei, 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 ei Sieht gut aus, Freunde. Sieht gut aus, weiter so. Immer schön weiter so. Wunderbar, trau mal. Was macht ihr da? Ja, ich stehe hier rum und tu nichts. RpK-12, ergonomischer Griff. Habe ich eigentlich schon irgendeinen Griff an dem Ding ran? Ich weiß es nicht. Gold-Battle-Pack auch noch mitgenommen. Traumhaft. Wir sind vorne. Oh, der hat eine Rorsch. Der wird versuchen, ja, genau. Wo ist er denn? Ey, es ist doch nicht zu fassen. Rorsch einmal unten ran, Heli irgendwie auf 20%. Geil. Einfach erotisch. Jupp. Die Leute kann man auch nicht mehr verarschen irgendwie. Ich denke ja immer, die würden dem Jetski dann folgen. Aber das tun sie einfach nicht. Oh, da ist er weggeflogen. Ich bin mal weg. Alter, hör auf. War nett. Er muss aber schon fast tot gewesen sein, der Mann. Oh. Ätzend. Zählt als K96. 96. Okay, hier hinten ist jemand. Käpt'n Vulva, ey. Den hab ich jetzt auch schon zum 75. Mal weggeballert. Wieso machst du auf dich aufmerksam, Alter? Hör auf. Hör damit auf. Ah Gott, der musste mich ja auch nur noch annießen, ey. Verdammte Axt. Gut, aber... Es sieht tatsächlich nach Win aus, ey. Das war ja echt mal eine spannende Runde, was die Tickets angeht. Nicht zu fassen. Was macht denn die Jungs da? Snipern, oder wie? Wieso snipert ihr denn? Was... Was soll denn denn? Wieso macht denn ihr das? Warte mal. Wenn hier jetzt noch jemand mit einsteckt, der kann jetzt richtig abräumen. Weil es hier waren nämlich so viele Leute. Aber wahrscheinlich steckt ihr eh keine Sau ein. Man kann ja auch nicht höher als das, wa? Ein bisschen behindert. Shit, ey. Komm ich hoch. Komm hoch, ey. Der macht das gleiche, der Typ da irgendwie. Witzig. Kann ich auch, mein Freund. Wo sind jetzt hin? Da. Ist das lustig? Sonst noch irgendwo jemand? Hm. Ist anscheinend niemand mehr. L.A.V. da. Jetski da. Toter Mann da. Da hinten ist jemand Lebendiges. Da. Objektiv bravo ist gone. Silvia Ribbon. Du hast eine reine Armour operiert. Sie sind auch schon wieder tot. Könnt ihr die Jungs mal nicht so schnell umbringen, ey? Will da auch nochmal was zu tun haben. Oh. Und wieder schön noch im Kampf. Ich verstehe auch nicht, wenn ich irgendwo aussteige, dann gucke ich so oft einfach an den Himmel. Hat das jemand von euch auch? Das passiert mir irgendwie in letzter Zeit ständig. Ja, er schießt sie alle. Gewonnen, Freunde. Wir haben tatsächlich gewonnen. Und ich freue mich darüber sehr. Es war toll. Es war schön. Es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal auf dem Weg eines Noobs in Battlefield 4. Fear.